Stell dir vor, du hast die einzigartige, innovative Idee für deinen Betrieb, aber an der Umsetzung stehst du an. Kein Problem, wir erarbeiten mit dir eine Lösung. In der gemütlichen Küche bei diversen Landwirten zeigen wir dir bei einem Unternehmerhöck auf, was wir alles zusammen erreichen könnten. Beim Bure Plan kannst du ganz einfach deine Zukunft in zwei Tagen planen und den auf dich zugeschnittenen Coach finden. Anschliessend wird deine Idee mit dem Coach auf Augenhöhe miteinander besprochen und weiterentwickelt, sodass diese marktreif wird. Wir wollen deine innovative Vision mit einer Starthilfe finanzieren und damit am Markt Leuchttürme erschaffen. Nun steht dir für einen erfolgreichen Start nichts mehr im Weg. Für deinen Mut und Erfolg wirst du belohnt. Dein Projekt soll am Innovationstag als eines der drei besten Projekte speziell ausgezeichnet werden. Bist auch du dabei? Melde auch du dich innerhalb von zwei Minuten unter innovativibure.ch an. Kalter 2, um einen einfach diesen Punkt zu profitieren. Untertitelung des ZDF, 2020